Hi Freunde, Mottmann hier. Heute ein Guide in 100 Sekunden, die Streitdachs erklärt, das beste Bild meiner Meinung nach. Ich bin inzwischen Level 35 und konnte schon viel mit der Streitdachs üben, bin inzwischen Level 18. Meiner Meinung nach gibt es mehrere Builds, die man spielen kann. Ich habe mich für drei entschieden, die ich euch erklären werde. Einmal den AOE-Bild, ihr benutzt Raffen, zieht die Gegner an euch heran, ihr dreht euch, macht Schaden. Links habt ihr nochmal Wirbelwind, ihr dreht euch in der Gruppe, macht massiven Schaden und hier nochmal Hinrichtung, um nochmal deutlich mehr Finisher-Schaden zu machen. Optional könnt ihr auch Quelle der Schwerkraft benutzen, um Gegner an euch zu halten. Ihr solltet aber auf jeden Fall Hinrichtung bei euch drin haben, ist ein Finisher und macht extrem viel Schaden. Genau, zweites Bild ist das Bruiser-Bild. Für Dungeons läuft eigentlich ähnlich ab wie dieses Bild, nur, dass ihr euch noch kritische Zuwendung, euch selber heilt und noch den Heal hier unten, wenn ihr Gegner mit weniger als 30% Schaden macht, um 10% Schaden verursacht. Dazu solltet ihr Raffen haben, ihr solltet Hinrichtung nehmen. Dritter Spell könnt ihr euch wieder aussuchen. Würde euch empfehlen, entweder ansturmen, um schnell heranzukommen oder wieder Wirbelwind. Um auf den letzten Skill nochmal einzugehen, Malstrom ist ähnlich wie Raffen. Beim Raffen zieht ihr die Gegner heran, beim Malstrom dreht ihr euch, zieht alles im Umkreis heran und macht massiven Schaden. Genau, das hierzu. Unten haben wir die Fähigkeiten, die Spezialfähigkeiten links. Ihr macht 15% mehr Schaden vom Anfang an und bewegt euch schneller. Rechts, ihr stackt und macht bis zu 30% mehr Schaden, müsst ihr selber wissen, wie ihr das benutzen wollt. So, kombinieren würde ich die Axt mit einem der schweren Waffen, die wir hier oben sehen. Einmal Schwert und Schild und Axt, dabei auf Konstitution gehen, um Tanki zu sein. Ihr baut Agro auf, macht Schaden, nehmt das Heal-Bild, haltet euch dabei sehr gut, um zu tanken. Streit, Axt und Kriegshammer als DD-Variante. Ihr macht massiven Schaden, der Kriegshammer haut nochmal ordentlich Schaden raus. So, das Beil könnt ihr auch benutzen bei einem Bruiser-Bild. Das Beil heilt nochmal, macht schnell Schaden. Guter Schaden, guter Heal. Eine Mischung aus den ersten beiden Builds auch zu empfehlen. So, kommen wir zum dritten Bild mit dem Speer. Speer geht auf, PvP. Ihr könnt den Speer werfen, könnt so stunnen und ihr holt. Könnt so gut an die Gegner herankommen und diese auch nochmal C10. Sperr-Bild bei Streit, Axt. Auf jeden Fall heranziehen, beziehungsweise Raffen, den Gegner heranziehen, Schaden machen, Ansturm, um dem Gegner zu folgen, hinrichten und zu finishen. Sperr, ich gehe nochmal kurz rein. Auf jeden Fall Wurf-Sperr. Dann könnt ihr noch Beinfeger machen, um das Ziel nochmal zu stunnen. Und als dritten Speck würde ich euch den Sprungantritt empfehlen. Da könnt ihr nochmal ranstürmen und den Gegner nochmal stunnen. Genau, das sind die drei Builds. Einmal Pusat zum Heilen, einmal Tank mit Schwert und Schild und einmal Speer für PvP. Optional gibt es noch das vierte, DD mit dem Hammer, beziehungsweise auch mit dem Beil. Ja, ich hoffe euch hat es gefallen. Wurde jetzt ein bisschen länger als 100 Sekunden, aber ich glaube können wir alle verkraften. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben hoch. Bei Fragen gerne in die Kommentare und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo auf meinem Kanal lasst. Schreibt mir doch mal, wie es bei euch mit der Streitag läuft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mottenmann. Tschaui.